Hallo, in diesem Video Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie 3D Objekte zur Inneneinrichtung eingeben und bearbeiten können. Im ersten Schritt öffnen wir dazu unseren Mustergrundriss. In unserem Beispiel werden wir eine Sitzgruppe sowie einige Einrichtungsgegenstände in diesem Bereich des Erdgeschosses unseres Mustergrundrisses platzieren. Dazu zoomen wir uns im ersten Schritt in der 3D-Ansicht in diesen Bereich hinein. Im nächsten Schritt werden wir die 2D-Ansicht in maximaler Größe darstellen. Dazu selektieren wir die 2D-Ansicht und wir wählen den Punkt Anzeige und alles zeigen. Oder wir drücken in der 2D-Ansicht die Kurztaste Position 1 oder Home für die Funktion Alles zeigen. Die 2D-Ansicht sowie die 3D-Ansicht befinden sich nun beide in einer guten Position, die uns einen guten Überblick über das Projekt verschafft. Jetzt deaktivieren wir noch das Raster sowie die Linienbreite, um uns besser fangen und orientieren zu können. Wir selektieren die 3D-Ansicht und nun können wir damit beginnen die 3D-Objekte für die Inneneinrichtung einzugeben. Als erstes werden wir eine Sitzgruppe erstellen. Dazu wählen wir den Katalog aus. Wir klicken auf den Ordner Innenraum und danach wählen wir den Ordner Sitzgelegenheiten aus. Wir öffnen zum Beispiel den Ordner Credo und hier wählen wir eines der zahlreichen Eckelemente aus. Zum Beispiel dieses Eckelement und wenn wir darauf einen doppelten linken Mausklick machen, öffnet sich das Vorschaufenster. Hier können wir einen ersten Blick auf unser Eckelement werfen und wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus gleichzeitig dazu bewegen, können wir die Ansicht rotieren. Unter dem Punkt Details können wir alle wichtigen Informationen zu unserem 3D-Objekt einsehen. Zum Beispiel die Breite, die Höhe und die Tiefe des Objektes sowie dessen Position. Hier können wir zwischen beliebig feste Höhe am Boden und an der Decke wählen. Wir wählen beliebig. Danach bestätigen wir mit OK. Jetzt selektieren wir unser Eckelement mit einem linken Mausklick. Danach halten wir die linke Maustaste gedrückt und wir ziehen das Objekt in unsere 3D-Ansicht hinein. Das Eckelement hängt nun am Cursor und wenn wir die Maus bewegen, bewegen wir automatisch das Eckelement. Für die Position haben wir den Punkt beliebig gewählt und somit fällt das 3D-Objekt bei Positionierung in der 3D-Ansicht auf den nächsten Widerstand. Das kann eine Mauer sein, der Fußboden, eine Treppe, eine Innenwand oder ein anderes 3D-Objekt. Das Fenster in der rechten oberen Ecke der 2D-Ansicht ist das Werkzeugparameter. Mit diesem Fenster könnten wir einen Winkel für unser Objekt wählen oder die Position festlegen. Falls wir in dieses Fenster wechseln möchten, könnten wir es mit der linken Maustaste selektieren oder wir drücken die Leertaste. Wir können das Werkzeugparameter mit der Kurztaste W ein- und ausblenden. Falls das Fenster Ihre Sicht behindert, können Sie es mit der linken Maustaste selektieren und an eine andere Position verschieben. Um den Winkel eines Objektes zu verändern drehen wir am Mausrad. Bitte beachten Sie, dass das Drehen des Objektes mit dem Mausrad nur möglich ist, wenn das Werkzeugparameter aktiviert ist. Ist das Werkzeugparameter deaktiviert und Sie drehen am Mausrad, verschieben Sie die Ansicht nach oben und nach unten. Wir wählen nun einen korrekten Winkel für unser Objekt. Das ist der korrekte Winkel und wir platzieren es zum Beispiel hier. Danach drücken wir die ESC-Taste. Im nächsten Schritt werden wir unser Eckelement nun korrekt positionieren. Dazu wählen wir die 2D-Ansicht aus, wir zoomen uns etwas in die Ansicht hinein und wir selektieren das Eckelement. Nun könnten wir die Funktion verschieben mit Referenzpunkt wählen oder wir drücken die die Kurztaste R für die Funktion Verschieben mit Referenzpunkt. Wir wählen den Referenzpunkt aus, das ist dieser Punkt und wir verschieben das Objekt zu diesem Punkt. Danach drücken wir ESC. wir zoomen uns etwas aus der Ansicht hinaus und selektieren wieder die 3D-Ansicht. Nun geben wir die restlichen Teile unserer Sitzgruppe ein. Dazu wechseln wir wieder in unseren Katalog. Wir wählen hier zum Beispiel dieses Objekt aus und ziehen es wieder mit gedrückter linker Maustaste in die 3D-Ansicht hinein. Wir ändern den Winkel mit Hilfe des Mausrads und platzieren das Objekt zum Beispiel hier. Nun ändern wir nochmals den Winkel des Objektes mit Hilfe des Mausrads und platzieren es zum Beispiel hier. Danach drücken wir ESC. Im nächsten Schritt werden wir die neuen Elemente der Sitzgruppe in die korrekte Position verschieben. Dazu selektieren wir die 2D-Ansicht. Wir zoomen uns etwas in die Ansicht hinein. Wir selektieren eines der Objekte und wählen die Funktion verschieben mit Referenzpunkt aus. Wir wählen den Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben das Objekt zu diesem Punkt. Wir drücken danach die ESC-Taste. Wir wählen das zweite Objekt aus. Natürlich können wir auch die Kurztaste R für die Funktion verschieben mit Referenzpunkt drücken. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben das Objekt zu diesem Punkt. Danach drücken wir wieder die ESC-Taste. Bitte beachten Sie, es gibt auch noch einen genaueren Weg, um Objekte in der 2D-Ansicht zu verschieben. Zum Beispiel selektieren wir dazu eines unserer Objekte. Wir drücken die Kurztaste R für die Funktion verschieben mit Referenzpunkt. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen die Konstruktionshilfen. Mit den Funktionen der Konstruktionshilfen ist es möglich, Objekte noch exakter zu positionieren. Wir drücken ESC-Taste und im nächsten Schritt werden wir eine Mehrfachkopie der unteren Sitzgelegenheit erstellen. Dazu selektieren wir das Objekt. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen den Punkt Mehrfachkopie. Ein neues Werkzeugparameterfenster öffnet sich und hier wählen wir für den Punkt Richtung unten aus. Für den Abstand geben wir 0,70 Meter ein und für die Anzahl zwei Stück. Danach bestätigen wir mit OK. Wir selektieren die 2D-Ansicht und wir drücken die ESC-Taste. Unsere Sitzgruppe ist nun fertig eingegeben und im nächsten Schritt werden wir diese noch mit einem Sessel ergänzen. Dazu selektieren wir die 3D-Ansicht. Wir wechseln in unseren Katalog und hier wählen wir zum Beispiel diesen Sessel aus. Wir ziehen ihn mit gedrückter linker Maustaste in die 3D-Ansicht. Der Winkel ist bereits korrekt und wir platzieren den Sessel zum Beispiel hier. Danach drücken wir wieder ESC. Im nächsten Schritt werden wir die Textur unserer Sitzgruppe verändern. Dazu wechseln wir wieder in unseren Katalog und wählen dort den Punkt Texturen aus. Wir wählen den Punkt Einrichtung, Leder und hier können wir eine der zahlreichen Ledertexturen auswählen. Wir wählen zum Beispiel diese Ledertexturen aus und ziehen sie mit gedrückter linker Maustaste auf unsere Sitzgruppe. Im nächsten Schritt werden wir die Textur bearbeiten. Dazu wählen wir den Punkt 3D-Funktionen aus und Material bearbeiten. Wir wählen unsere Textur aus und der Material-Editor öffnet sich. Und hier können wir die Eigenschaften unserer Textur definieren. Als erstes klicken wir auf die Farbe. Wir wählen eine weiße Farbe aus und bestätigen mit OK. Dasselbe machen wir mit dieser Farbe. Wir wählen weiß und bestätigen mit OK. Jetzt setzen wir den diffusen Anteil beispielsweise auf 100%. Für die Intensität wählen wir 10% und für die Glanzlichtgröße auch zum Beispiel 10%. Danach drücken wir OK. Im nächsten Schritt werden wir die Textur auf die anderen Bestandteile unserer Sitzgruppe übertragen. Dazu zoomen wir uns etwas in die 3D-Ansicht hinein und wir wählen den Punkt Material übertragen. Wir wählen das Ausgangsmaterial aus. Das ist diese Textur und wir übertragen sie auf die anderen Bestandteile. Wir übertragen sie auch auf unseren Sessel. Zu ihrer Information, wenn während des Übertragens gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt wird, werden die eingestellten Texturkoordinaten mit kopiert. Danach drücken wir die ESC-Taste. Wir zoomen uns etwas aus der Ansicht hinaus und im nächsten Schritt werden wir unserer Sitzgruppe einen Tisch hinzufügen. Dazu wechseln wir in unseren Katalog und wir wählen den Punkt Objekte. Wir gehen einige Ebenen nach oben und wählen den Ordner Tische. Wir öffnen beispielsweise den Ordner Rolf Benz und wir ziehen zum Beispiel diesen Tisch in unsere 3D-Ansicht hinein. Nun drehen wir Mausrad um den Winkel des Tisches zu verändern. Das ist der korrekte Winkel. Wir platzieren den Tisch und danach drücken wir die ESC-Taste. Falls wir jetzt zum Beispiel den Tisch in einem falschen Winkel eingegeben haben, zeige ich Ihnen nun, wie wir den Winkel eines Objektes im Nachhinein verändern können. Wir selektieren die 2D-Ansicht, wählen den Tisch aus und wählen den Punkt um Z-Achse. Im ersten Schritt geben wir eine Bezugsachse ein. Dazu drücken wir die STRG-Taste für eine 100%ig vertikale Linie. Wir drücken die linke Maustaste und nun drehen wir den Tisch. Wir drücken nochmals die linke Maustaste und nun ist der Winkel unseres Tisches geändert. Wir drücken ESC und wir selektieren wieder die 3D-Ansicht. Im nächsten Schritt werden wir die Dimensionen sowie das Aussehen unseres Tisches verändern. Dazu selektieren wir unseren Tisch, wir drücken die rechte Maustaste und wir wählen Eigenschaften. Unter dem Punkt Abmessungen können wir die Abmessungen unseres Tisches verändern. Wir geben beispielsweise unter dem Punkt Breite einen Meter ein. Unter dem Punkt Verzerrt skalieren kann man das Objekt verzerren. Ansonsten wird das Objekt skaliert. Wenn man das Objekt verzerren möchte, muss man zuerst Verzerrt skalieren auswählen und danach die einzelnen Dimensionen für Höhe, Breite und Tiefe ändern. Für die Position ist am Boden ausgewählt, das ist korrekt und wir können mit OK bestätigen. Die Größe unseres Tisches hat sich verändert und wir drücken ESC. Nun werden wir unseren Tisch in einen Glastisch umgestalten. Dazu wählen wir den Punkt 3D-Funktionen und Material bearbeiten. Wir wählen unseren Tisch aus. Für die Farbe wählen wir weiß aus und danach drücken wir OK. Dasselbe machen wir mit dieser Farbe. Wir wählen hier auch weiß aus und bestätigen mit OK. Abschließend geben wir für die Transparenz beispielsweise 60% ein und danach drücken wir wieder OK. Unser Tisch sieht nun aus wie ein Glastisch und im nächsten Schritt werden wir einige Wandlichter eingeben. Wir werden drei Wandleuchten eingeben, welche wir mit der Unterstützung von Hilfslinien positionieren werden. Im ersten Schritt selektieren wir dazu die 2D-Ansicht. Wir wählen 2D und Layout, 2D Hilfslinien, Hilfsgerade und parallele Hilfslinie mit Abstand. Nun ändern wir die Farbe der Hilfslinie. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir klicken auf Darstellung. Wir wählen die Farbe aus. Wir wählen zum Beispiel eine grüne Farbe und drücken danach OK, OK und OK. Es gibt auch noch einen anderen Weg, wie wir die Funktion Parallele Hilfslinie mit Abstand auswählen können. Wir drücken dazu Escape und nun drücken wir die Kurztaste P für die Funktion Parallele Hilfslinie mit Abstand. Wir geben nun unsere Hilfslinie von dieser Linie in diese Richtung in einem Abstand von 1,112 Metern ein. Danach bestätigen wir mit OK. Wir drücken die Escape-Taste. Wir wechseln wieder zu unserem Katalog. Und hier gehen wir zurück in das Inneneinrichtungsmenü. Wir wählen den Ordner Beleuchtung aus. Wand leuchten. Und zum Beispiel den Ordner Schmitz. Wir wählen zum Beispiel diese Leuchte aus. Und öffnen mit einem Doppelklick das Vorschaufenster. Das ist die richtige Leuchte. Wir schließen das Fenster. Und wir ziehen die Leuchte mit gedrückter linker Maustaste in die 2D-Ansicht. Wir ändern den Winkel mit dem Mausrad. Das ist der korrekte Winkel. Und platzieren die Leuchte auf dieser Hilfslinie. Danach drücken wir Escape. Nun zoomen wir uns etwas in die Ansicht hinein. Wir selektieren die Lampe und drücken die Kurztaste R für die Funktion Verschieben mit Referenzpunkt. Das ist der Referenzpunkt und wir verschieben die Lampe zu diesem Punkt. Danach drücken wir Escape. Wir zoomen uns wieder aus der Ansicht hinaus. Nun selektieren wir nochmals die Wandlampe. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Wir wählen den Punkt Light aus. Hier in diesem Menü können wir die Lichteinstellungen für die Wandleuchte bearbeiten. Wir können zum Beispiel die Lichtquelle ein- und ausschalten, Schatten generieren und die Farbe ändern. Wir klicken beispielsweise auf die Farbe und wählen eine weiße Farbe für die Lichtquelle aus. Wir drücken OK und wir setzen die Intensität der Lichtquelle noch auf 100%. Danach drücken wir OK. Im nächsten Schritt werden wir zwei weitere Wandlampen erstellen. Wir benutzen dafür die Funktion Mehrfachkopie. Dazu drücken wir die rechte Maustaste und wählen den Punkt Mehrfachkopie. Für die Richtung wählen wir in diesem Falle oben. Bei der Anzahl geben wir zwei Stück ein und für den Abstand 1,112 Meter. Danach bestätigen wir mit OK. Wir selektieren wieder die 3D-Ansicht und drücken die ESC-Taste. Jetzt fügen wir unserem Tisch noch ein wenig Dekoration hinzu. Um das Video nicht zu lange zu gestalten, spulen wir an dieser Stelle etwas nach vorne. Die Dekoration ist fertig eingegeben und im letzten Schritt werden wir an dieser Stelle eine Glasvitrine positionieren. Dazu wechseln wir im Katalog in das Inneneinrichtungsmenü. Hier wählen wir den Ordner Vitrinen aus. Wir wählen zum Beispiel dieses Regal und ziehen es mit gedrückter linker Maustaste in die 3D-Ansicht. Wir positionieren es zum Beispiel hier und drücken danach ESC. Nun wechseln wir in die 2D-Ansicht. Wir selektieren die Vitrine und drücken die Kurztaste R für die Funktion verschieben mit Referenzpunkt. Das ist unser Referenzpunkt und wir verschieben die Vitrine zu diesem Punkt. Danach drücken wir ESC. Wir wechseln zurück in die 3D-Ansicht und im nächsten Schritt werden wir die Höhe der drei Wandleuchten ändern. Dazu selektieren wir eine Wandleuchte in der 2D-Ansicht. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Unter dem Punkt Position ist der Punkt feste Höhe bereits korrekt selektiert und anstatt der 2 Meter geben wir zum Beispiel 1,80 Meter ein. Danach drücken wir OK. Die Wandleuchte hat sich verschoben und nun übertragen wir diese Einstellungen auf die anderen Leuchten. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften übertragen. Hier deselektieren wir den Punkt alle Eigenschaften und wir selektieren den Punkt feste Höhe. Wir klicken auf Weiter. Hier wählen wir den Punkt durch manuelle Objektauswahl und manuelle Objektauswahl. Wir wählen die beiden anderen Leuchten aus und danach drücken wir zum Bestätigen die Enter-Taste. Wir klicken auf Fertigstellen und wir drücken die Escape-Taste. Wenn wir möchten, können wir natürlich auch unsere 3D-Objekte gruppieren. Wir selektieren die 3D-Ansicht und wählen als erstes die Objekte aus. Dazu halten wir die Shift-Taste gedrückt und wir markieren die gewünschten Objekte. Es gibt natürlich auch einen anderen Weg unsere Objekte zu markieren. Dazu drücken wir die Escape-Taste. Wir wählen die 2D-Ansicht aus und wir selektieren unsere 3D-Objekte mit einem Auswahlfenster. Nun wählen wir die Funktion Gruppieren aus und jetzt sind alle markierten 3D-Objekte gruppiert. Wir drücken die Escape-Taste und wenn wir jetzt eines der Objekte selektieren, selektieren wir die ganze Gruppe. Das hat den großen Vorteil, dass wir Gruppen von Objekten einfach selektieren können und somit auch schnell verschieben können. Wir drücken zum Beispiel die Kurztaste R für die Funktion Verschieben mit Referenzpunkt. Wir wählen einen Referenzpunkt aus und nun können wir sehen, dass wir die komplette Gruppe verschieben können. Wir drücken die Escape-Taste und falls wir die Gruppierung aufheben möchten, klicken wir auf die Funktion Gruppierung aufheben. Wir drücken die Escape-Taste und nun kann wieder jedes Objekt einzeln ausgewählt werden. Am Schluss werden wir die Einstellungen für die internen Lichtquellen definieren und unser Wohnzimmer raytracen. Dazu selektieren wir die 3D-Ansicht Wir wählen den Punkt 3D-Funktionen aus und wir machen einen rechten Mausklick auf das Feld Interne Lichtquellen. Die Eigenschaften öffnen sich und als erstes können wir zwischen den Standardeinstellungen wählen oder den Sonnenstand berechnen. Wir wählen Sonnenstand berechnen. Für die Uhrzeit geben wir zum Beispiel 16 Uhr ein, für die Lichtintensität der Sonne zum Beispiel 60% und für die Lichtintensität des Umgebungslichtes 30%. Danach ändern wir noch die Farbe des Umgebungslichtes auf Weiß. Wir bestätigen mit OK und danach drücken wir OK. Die internen Lichtquellen sind nun fertig definiert und nun definieren wir die Raytrace-Einstellungen. Dazu machen wir einen rechten Mausklick auf das Feld Raytracen. Hier wählen wir unter dem Punkt Hier wählen wir unter dem Punkt Kantenglättung Starkes Anti-Aliasing Bitte beachten Sie, bitte beachten Sie, dass wir bei hohen Raytrace-Einstellungen eine starke Hardware empfehlen. Wir drücken OK und nun machen wir einen linken Mausklick auf die Funktion Raytracen. Natürlich können Sie auch die 3D-Ansicht vergrößern und Ihr Projekt in maximaler Größe Raytracen. Nun können wir einen Blick auf unser fertig definiertes Wohnzimmer werfen. Vielen Dank fürs Zusehen Für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.katvilla.com www.katvilla.com